Der Begriff Psychopathologie bedeutet die Lehre von den psychischen Erkrankungen. Der Begriff wurde im 19. Jahrhundert geprägt vom Freiburger Psychiater Hermann Emminghaus. Die Psychopathologie ist ein Teilbereich der Psychiatrie und der klinischen Psychologie. Sie beschäftigt sich mit den Formen eines krankhaft veränderten Bewusstseins, Erinnerungsvermögens und Gefühls bzw. Seelenlebens. Sie beschreibt Symptome psychischer Störungen, die in ihrer Komplexität dann als Erscheinungsformen psychischer Erkrankungen benannt werden. Psychopathologie wird als Teilgebiet der Psychiatrie an medizinischen Fakultäten sowie an einigen Universitäten als Teilgebiet der klinischen Psychologie unterrichtet. Gesundheit, Krankheit und Störung In der modernen Psychiatrie und Psychotherapie wird an der Stelle von Krankheit von Störung gesprochen, da das Wort Krankheit stigmatisieren kann. Das Wort wäre nur korrekt, wenn Symptommuster, Verlauf, Behandlung etc. bekannt und eindeutig wären. Zur Annäherung an eine Definition werden folgende Punkte untersucht. Statistische Seltenheit, inadequate Reaktionen, Leidensdruck, Verletzung der sozialen Norm etc. Sind einige der genannten Kriterien erfüllt, kann eine psychische Störung oder eine Verhaltensstörung angenommen werden. Zur Diagnose bedarf es jedoch einer detaillierten Anamnese und Differenzialdiagnostik. Nach der genauen Exploration von möglichen Krankheitssymptomen wird mithilfe eines Klassifikationssystems die passende Diagnose erstellt. Eine Diagnose dient der Auswahl von Therapiemethoden. Abgrenzung von Psychopathologie und Pathologie Während Pathologie die körperlichen Aspekte von Kranksein und Krankheit untersucht, befasst sich die Psychopathologie mit deren psychischen Bedingungen. Da Psychopathologie auch die körperlichen Auswirkungen auf seelisches Befinden umfasst, ist eines ihrer Hauptprobleme die psychophysische Korrelation, die h. Der Zusammenhang von körperlicher und seelischer Auffälligkeit Es besteht auch heute noch in der Medizin eine Konkurrenz verschiedener Theorien, die sich aus dem dialektisch seit über 2000 Jahren ungeklärten Leib-Seele-Problem ergibt. Der historisch bedeutsamste Zusammenhang ist der von Psychopathologie und Neurologie. Hieraus entwickelten sich die historisch bedeutsamen Positionen der Somatika. Aus der Kenntnis neurologischer Gesetzmäßigkeiten haben sich bedeutende Fortschritte der Psychopathologie ergeben. b. Auf dem Gebiet der Leistungspsychologie unter Zugrundelegung des Reflexbogens. Therapeutisch konnten sich diese Vorstellungen als lerntheoretische Grundlage der Verhaltenstherapie bewähren. Umgekehrt haben die Ergebnisse psychopathologischer Untersuchungen auch die Entwicklung der herkömmlichen Medizin begünstigt. Methodische Unterschiede bestehen z. b. in den gegensätzlichen Sichtweisen des Aufwärts- und Abwärts-Effekts für die Entstehung von Krankheiten. Aufwärts-Effekt bedeutet die Verursachung von Krankheiten durch körperliche Veränderungen. Abwärts-Effekt heißt Krankheitsentwicklung durch seelische Auffälligkeiten. Dieses Konzept vertritt das Prinzip der Wechselwirkungen zwischen Leib und Seele, was heute als am wahrscheinlichsten gilt. Pathologie und Psychopathologie konnten beide wesentliche Beiträge zur Nosologie erbringen. Die Abgrenzung beider Gebiete erbrachte also deutliche Vorteile für beide. Als nachteilig ist die Überbewertung einer von beiden Disziplinen anzusehen. Dies wäre auf der einen Seite der Standpunkt des Materialismus, der in der Krankheitslehre begrifflich als Maschinenparadigma bekannt geworden ist. Andererseits die Haltung des Psychologismus, die hauptsächlich zur Zeit der Romantik aufkam. Medizingeschichtlich sind in dieser Zeit auch die Standpunkte als die der Psychiker und Somatiker bedeutsam geworden. Allerdings dürfen die Psychiker nicht mit den psychologisierenden Theoretikern des Psychologismus verwechselt werden. Sie vertraten ein erzieherisches Konzept. Als Neurologisierung wäre die Überbetonung neurologischer Aspekte für die Psychopathologie zu nennen, wie sie Z.B. von Wilhelm Griesinger vertreten wurde mit seinem Fazit. Geisteskrankheiten sind Gehirnkrankheiten. Sein Standpunkt wäre demnach als der eines Somatikers zu bezeichnen. Geschichte der Psychopathologie Die Geschichte der Psychopathologie ist eng mit der Geschichte der Psychiatrie verbunden. Die Anfänge der Psychopathologie können schon in der Antike, b. in Aristoteles' Werk d'Anima veranschlagt werden. Die neuere Psychopathologie hat ihren Anfang im 19. Jahrhundert. Systematisch wurde die Psychopathologie von Karl Jaspers aufbereitet. Eine Studie von Sigmund Freud behandelt die Psychopathologie des Alltagslebens. Die zunehmend wissenschaftlich fundierte Ausgestaltung der Krankheitsklassifikationssysteme ICD und DSM ist Spiegelbild der neuesten Entwicklungen, der Psychopathologie soweit diese die Krankheitsdiagnosen betrifft. Psychopathologische Symptome und Syndrome Die psychopathologischen Symptome und Syndrome bilden ein wichtiges Instrumentarium für die psychiatrisch-psychologische Diagnostik. Durch das AMDP-System wurde eine Systematisierung dieser großen Zahl von Störungssymptomen vorgenommen. Dabei ergab sich folgende Gliederung Bewusstseinsstörungen Orientierungsstörungen Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörungen Formale Denkstörungen Befürchtungen und Zwänge Warn Sinnesdeutschungen Ich-Störungen Störungen der Affektivität Antriebs- und psychomotorische Störungen Andere Störungen Jede dieser Symptomgruppen enthält mehrere, genauer spezifizierte Symptome, siehe auch Antipsychiatrie, Religions-Psychopathologie, Sammlung Prinzhorn